Herzlich willkommen zu Ihrem Video-Tutorial Bildbearbeitung mit Paint.net Bilder freistellen Die beste Ansicht haben Sie im Vollbildmodus. Schalten Sie dazu bitte auf Fullscreen. Hinweis Die Videoanleitung setzt gewisse Grundkenntnisse im Umgang mit Paint.net voraus. Wenn Sie eine wesentlich ausführlichere Anleitung wünschen, dann schauen Sie bitte unter webmaster-grafik-kurs.com Beim Freistellen möchten Sie in der Regel nur einen bestimmten Teil des Bildes oder der Grafik behalten und alles andere entfernen oder durch etwas anderes ersetzen. Hierzu ist es notwendig, eine Auswahl zu treffen, welchen Teil Sie behalten bzw. entfernen möchten. In diesem Beispiel möchte ich die Person freistellen und den weißen Hintergrund entfernen. Hierzu wähle ich zunächst das Zauberstabwerkzeug und bei einer Toleranz von 38 sowie im zusammenhängenden Modus klicke ich hier an einer beliebigen Stelle in die weiße Fläche, um diese auszuwählen. Bei der voreingestellten Toleranz ist die Auswahl hier schon sehr schön getroffen. Ich zoome etwas näher ein, um das Ganze deutlicher zu sehen und schaue mir die Auswahl an den Kanten genauer an. Ja, die sehen schon gut aus und hier oben bei den Haaren gefällt mir die Auswahl schon sehr gut. Nun muss ich die Fläche zwischen T-Shirt und Arm noch auswählen, damit hier der Hintergrund ebenfalls entfernt wird. Jetzt zoome ich wieder einen Schritt heraus und klicke bei gedrückter Steuerungstaste mit meinem Zauberstab in die Fläche hinein, um auch diese zu markieren. Klicke hier noch einmal und da sehe ich schon, an dieser Stelle wird es nicht ganz so sauber. Deswegen zoome ich hier noch einmal näher ein und klicke hier noch ein paar Mal auf die Fläche. So, das ist schon besser. Nun schauen wir weiter unten. Jawohl, das sieht schon gut aus. Sehr schön. Jetzt machen wir auf der anderen Seite noch genau dasselbe. Ich zoome hier wieder etwas aus und klicke bei gedrückter Steuerungstaste mit meinem Zauberstab in die weiße Fläche, um diese wieder zu markieren. Hier an dem Arm müssen wir noch etwas näher ran und auch wieder zwischen T-Shirt und Arm mehrmals klicken, um den Hintergrund zu markieren. Oh, das war zu viel. Da gehen wir wieder einen Schritt zurück. Und auch hier sehen Sie, ragt die Auswahl schon in den Arm hinein. Das war also zu viel des Guten. Da gehen wir noch einmal zwei Schritte zurück und reduzieren die Toleranz von 38 vielleicht einmal auf 28 und probieren das Ganze noch einmal. So, jetzt gehen wir da schon behutsamer mit der Auswahl vor. Und auch hier zwischen T-Shirt und Arm wird die Auswahl durch die reduzierte Toleranz nun vorsichtiger vorgenommen. Ich zoome hier wieder etwas ein. Jetzt sieht der Arm auch schon ganz gut aus. Hier noch eine kleine Ecke. Jawohl. So, jetzt hätten wir es. Ich zoome wieder aus und durch das Drücken der Entfernen-Taste entferne ich jetzt diesen weißen Hintergrund. Jetzt können Sie beispielsweise sagen, der weiße Hintergrund war Ihnen zu langweilig, Sie möchten einen gelben Hintergrund haben. Dazu lege ich eine neue Ebene an, nehme den Fülleimer und fülle diese Ebene mit gelber Farbe, lege die neue Ebene hinter dieses freigestellte Bild des jungen Mannes und so haben Sie beispielsweise den weißen Hintergrund gegen einen gelben oder natürlich gegen jede beliebige Farbe oder auch Farbverlauf ausgetauscht. Oder wenn Sie eine kleine Bildmontage machen möchten, dann verkleinere ich das Bild hier zunächst einmal. Wir haben hier eine Breite von 928 Pixel. Ich reduziere das Bild mal auf 600 und sage OK. Und möchte gleich noch ein zweites Bild öffnen, nehmen wir dieses hier. Ich sage hier Ebene hinzufügen, allerdings sollte diese Ebene auch hinter unserem freigestellten Bild sein. Und jetzt hat Paint diese typische Eigenschaft, dass, wenn es eine Arbeitsfläche vergrößert hat, diese Arbeitsfläche nicht transparent ist. Deswegen markiere ich noch einmal unsere freigestellte Ebene, nehme das Zauberstabwerkzeug, klicke auf die weiße Fläche und drücke noch einmal Entfernen, damit der restliche Hintergrund ebenfalls transparent ist. Nun wechsle ich zum Pixel-Verschieben-Werkzeug und positioniere unseren Sportler noch an eine passende Stelle. Nun haben wir eine kleine, schnelle Fotomontage erstellt, dadurch, dass wir diesen Sportler freigestellt und mit einem anderen Bild als Hintergrundbild versehen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Freistellen mit Paint.net.